Ermutige dein Kind mit dem Lego-Set in der Weltreise-Jubiläums-Edition dazu, in größeren Dimensionen zu denken und seine Kreativität voll auszuschöpfen. Das Set enthält bunte Steine und Elemente sowie eine einzigartige Platte zum 60. Jubiläum. Ganz gleich, wie groß die Fantasie eines Kindes ist, mit Lego-Steinen kann sie noch erweitert werden. Dieses Unterhaltungsspielzeug mit zwei Minifiguren ermöglicht den Bau von Modellen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und ist ein ausgezeichnetes Einstieg-Essesit für angehende Lego-Baumeister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017